Bisher bleibt weiterhin Anton Schellberg Schauen wir also drauf Und wir den Ecuadorianer Oh direkt ein Spektak 1, 2 Das ist etwas was man als Gegner in den Griff bekommen muss Aber einfach ist das nicht Es ist immer nochmal eine Umstellung 1, 2, 3 Aber auch Mino will mitspielen Was für eine unfassbare Waffe Die Services von Boll sind Wahnsinnig guter Ballwechsel Erneut mit den besseren Händen Für Mino Aber sein Rückschlag wieder nicht ideal Auch darüber müssen wir reden Also 4 Aufschläge jetzt von Boll Und bisher noch keiner Boah aber auf der anderen Seite Dimo Ball Erster guter Return Und auch der zweite Setz Schön gemacht Dimo Ball 6 Beine Mal wieder etwas schwächer Schwächelt Der Lokalmatador etwas Bekanntlich Mino nutzt das Ganz gut aus bisher Wunderschön gemacht Und Mino Ball für Alberto Mino Den Wert eingependelt zu haben 10 Beide Aber immer wieder Schöner Rückschlag Nächster Satzball für Boll Unfassbar gut Fast hätte Boll Sich den noch zurückholen Erstmal in einer guten Position Und dann etwas Pech Und kommt nochmal zurück Am Ende fehlen Zentimeter Hier Und somit Nee Und der feste Ball Gegen die Laufrichtung Alles Auf Anfang Das mal lieber Minos voran Der neue Timo Ball Alberto Mino Spielt aber auch Wirklich gut mit Heute Schöne Rally Von beiden Gutes Mittel Von Body Da jetzt auf der Vorhand Zu halten Damit der Safe Nicht tief in die Vorhand Angespielt werden kann Ist Mino aber egal Der findet immer einen Aber Boll Das ist so bitter Satzball seit langer Zeit Der erste Mann wieder Für Timo Boll Und diesmal Reicht es 18 zu 60 Guter Rückschlag von Boll Direkt auf den Besserer Satzstart Für Timo Boll Der erhöht auch Mit Winkel in Richtung Vorhand zu spielen Nichts unbedingt Unmögliches Aber das ist stark Von Boll Und so muss er antworten So muss er reagieren Wieder Ball Tief in die Vorhand Aber diesmal Ist er schnell Auf den Beinen Rückhand Und Ball Gestalten zu können Das gelingt ihm gerade nicht Weil er ihm Immer wieder Variante gegen Boll Zu spielen Das funktioniert nicht Dafür ist der Mann Nächster guter Ball Und der Europameister Timo Boll Aber der zweite nicht 11 zu 3 Musste er sich auch da geschlagen Geben Schauen wir mal Ob er jetzt Im dritten Satz Mehr Druck auf Tiefe Gespielt werden Boll Er greift aber jetzt Timo Boll Jetzt ist er da In diesem Spiel Als wäre es nicht Zack In die offene Vorhand Und der Sides Und der dreht Jetzt richtig Und einer Aufschlag Für Ball Angesichts der sieben Matchbälle Von Timo Boll Der hier Seiner Favoritenrolle Dann am Ende Auch recht zu beregen Gerecht wird 11 zu 3 Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald Bis bald